Du kriegst irgendwie schlecht Luft oder hast eine verstopfte Nase, dann hilft in vielen Fällen folgender Punkt. Probier es aus. Du nimmst deine Mittelfingerspitzen und legst sie, wenn du hier deine Nase hast, auf mittlerer Höhe an die Nasenwurzel und massierst siebenmal mit mittlerem Druck auf diesen Punkt in eine Richtung und siebenmal in die andere Richtung. Danach bleib gern noch für eine Minute entspannt sitzen und spüre, wie die Atmung durch die Nase verbessert wurde. Probier es aus.